Toll, das Kleid ist viel gleich hoch wie bei Marilyn Monroe. Kannst du bitte nicht in den Mitarbeiter treten? Danke! Herzlich willkommen im Hangover Tower, der höchste transportable Giro-Drop-Tower der Welt. Apropos Giro, wisst ihr eigentlich, was das heißt? Das kommt aus dem Lateinischen und heißt so viel wie Gyros Spieß. Wir drehen euch jetzt nämlich so lange, bis ihr so richtig schön well done seid. So habe ich meine Fahrgäste nämlich am liebsten. Schmecker, lecker, schmecker, lecker, ne? So, jetzt aber erstmal rauf mit euch, die Damen und Herren. Ihr dürft auch wirklich Hände halten, euch sieht hier keiner. Wir sehen, los geht's, auf geht's. Wenn du den Bügel noch fester hältst, geht er wieder auf. Sehr gut. Dafür steht Spaß. Ist aber kein Spaß. Und wer noch mitmachen möchte, holt euch doch mal ein Ticket. Vor mir links und rechts, der Las Vegas-Kasse. Da sollen wir die Reise in den Stringsflugen. Außerdem gibt's schon eine Ferne-Affindung. Da ist es, zu ein Laden, wenn wir so lange gehen, das Zahne. Ah, ha, ha, ha! Das ist super. Und der hat mich ja auch noch mal. Ich habe ein bisschen zu beta-Chapter. Und da haben wir das hier. Und das ist ja auch. Und das ist ja auch ein bisschen zu beta-Chapter. Und das ist ja auch ein bisschen zu beta-Chapter. Und das ist ja auch ein bisschen zu beta-Chapter. Und das ist ja auch ein bisschen zu beta-Chapter. Wir sehen uns beim nächsten Mal. 1, 2, 3 und jetzt... Ja! Oh ja! Oh mein Gott! Wow! Daumenkontrolle! Schuss! Läuft bei euch! Ja? Ja? Sehr schön! Das ist aber ein schönes T-Shirt, was du da anhast. Das gefällt mir. Guck mal hier! Siehste? Wollt ihr noch einen letzten Wunsch äußern? Soll ich noch was aufschreiben oder entgegennehmen? Wisst ihr was? Jetzt ist es sowieso zu spät. Denn jetzt hab ich euch am Haken. Los geht's! Und wer noch mitmöchte, kommt doch einfach mit ran spazieren. Links und rechts die Kassen, die sind nur für euch geöffnet. Kommt mal ran da! Und Mädels, ihr macht richtig, hier geht's hoch. Hallo! Weiter ran kommen, ran kommen! Jetzt gehen sie wieder den Aufgang raus. Kommt! Andere Seite! Genau! Dankeschön! Jo, wie ist Brudi? Gut drauf! Ja, ja, ja. Ja, ja. Vot. Jo, wie ist es jetzt noch mal? Ja, ja. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Ja, ja. Schwanz, ja. Ja. Alles ist gut. Ja. Ja, ja. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Das haben wir heute angehört. Außen. Ja. 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 Aaaaaahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh Hpool